Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Manchmal ist es nur ein Tröpfeln, manchmal ist es auch schon mehr, aber vor allem ist es vielen Frauen erst einmal peinlich. Heute geht es um die Inkontinenz, genau genommen um die Schwierigkeit den Hahn zurückhalten zu können. Und es geht um Diagnosemöglichkeiten, Therapien und Behandlungen. Bei mir ist heute Dr. Oliver Heine, er ist Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Asklepios Klinik in Wandsbeck. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Worüber klagen die Patientinnen, die zu Ihnen kommen? Bei der Harninkontinenz handelt es sich im Wesentlichen um unkontrollierten Flüssigkeitsabkrank aus der Harnblase. Man unterscheidet verschiedene Formen. Das ist zum einen die Stressinkontinenz oder auch Belastungsinkontinenz. Dann gibt es die Dranginkontinenz und dann gibt es natürlich Mischformen. Manchmal ist die Inkontinenz völlig losgelöst von anatomischen Veränderungen. Manchmal findet man auch anatomische Veränderungen in Form der Senkung. Das ist jetzt schon sehr medizinisch und sehr komplex. Ich wüsste gerne erst einmal, worüber klagen die Patientinnen, dass sie sehr häufig auf die Toilette müssen oder ab wann spricht man überhaupt von Inkontinenz? Bei der Stressinkontinenz klagen die Patienten über unkontrollierten Wasserabgang, insbesondere bei physischer Belastung, also beim Husten, beim Niesen, bei sportlichen Aktivitäten. Bei der Dranginkontinenz ist es eher so, dass die Patienten häufig, das heißt unter Umständen alle Stunde, einen Harndrang empfinden und dann auch entsprechend schnell auf Toilette müssen. Ansonsten geht es wirklich in die Hose. Das sind an sich die wesentlichen Symptome dieser Inkontinenzform. Wer kommt zu Ihnen? Das sind Frauen im Alter zwischen 30 und 80 Jahren. Also die Inkontinenz ist sehr breit verbreitet. Häufiger als Diabetes, als Bluthochdruck. Im Alter von bis zu 30 Jahren klagen bis zu 30 Prozent der Frauen über Inkontinenz. Im Alter über 60 sind es dann schon 40 bis 50 Prozent der Frauen. Insgesamt kann man sagen, dass die Inkontinenz nicht nur bei Frauen anzutreffen ist, auch Männer sind davon betroffen. Das Verhältnis ist allerdings 2 zu 1, dass also Frauen doppelt so häufig unter der Inkontinenz leiden wie Männer. Ja genau, über die Gründe sprechen wir gleich. Aber was mich noch interessiert ist, wie unterscheiden Sie das denn von psychischer Belastung? Es könnte ja durchaus sein, dass jemand, also das Bettnessen bei Kindern fällt mir zum Beispiel ein. Oder ist das völlig klar für Sie zu unterscheiden? Das ist an sich relativ klar zu unterscheiden. Wir befragen ja die Patientin nach ihren Symptomen. Es ist durchaus normal, dass man einmal pro Nacht auf Toilette geht. Alles, was häufiger ist, deutet schon sehr auch auf die Inkontinenz hin. Und es ist einfach das spezielle Klientel. Und da muss dann etwas unternommen werden. Und die Frage ist dann, was werden Sie unternehmen? Also wie läuft jetzt die Diagnose? Die ersten diagnostischen Hinweise liefert die Befragung der Patientin, ein sogenannter Miktionskalender. Was ist Miktion? Das ist das Wasserlassen. Die Patienten notieren sich genau, wann und wie oft sie auf Toilette müssen. Es wird auch notiert, wie viel Flüssigkeit konsumiert wird. Patienten, die über Inkontinenz klagen, sollten auf keinen Fall die Flüssigkeitsmenge reduzieren. Also es ist auch hier durchaus sinnvoll, zwei bis zweieinhalb Liter pro Tag zu trinken. Ach ja, das liest man noch häufiger. Nicht so viel trinken, da muss man nicht so viel auf die Toilette. Nein, völlig falsch. Weil eher das begünstigt Harnwegsinfekte. Die Niere, die Harnblasen müssen sozusagen gespült werden. Und daher also wirklich eine normale Flüssigkeitsaufnahme, keine Reduktion. Weitere Hinweise liefert natürlich auch die klinische Untersuchung. Das heißt einfach die gynäkologische Untersuchung oder dann auch die urodynamische Messung. Das ist ein Verfahren, was uns hilft, die verschiedenen Formen der Inkontinenz zu differenzieren und zu klassifizieren. Ist das eine schmerzhafte Untersuchung? Nein, das ist an sich eine Form der Blasenspiegelung. Dabei verwendet man in der Blase kleine Druckmesser und man protokolliert die verschiedenen Phasen des Wasserlassens. Also die Blase wird aufgefüllt, man misst die Druckverhältnisse, dann auch während der Entleerung. Und so kann man differenzieren, wie hoch ist der Blasendruck, wie hoch ist der Verschlussdruck der Harnröhre. Und darüber kann man letztlich Schlussfolgern, wo liegt jetzt die Störung. Ja, Sie hatten ja eingangs schon davon gesprochen, es gibt die Stressinkontinenz, es gibt die Dranginkontinenz. Ich glaube, die Stressinkontinenz ist die häufigere. Mögen Sie uns erklären, was da eigentlich passiert? Bei der Stressinkontinenz ist, oder der Kontinenzmechanismus ist ja sehr komplex. Das wird bedingt durch anatomische Gegebenheiten, das heißt durch die Position der Blase, der Scheide, dann natürlich auch durch den muskulären Apparat und natürlich durch die nervale Steuerung. Und je nachdem, wo die Störungen auftreten, kommt es halt zu verschiedenen Formen der Inkontinenz. Und bei der Stressinkontinenz ist es so, dass dort oftmals der Verschlussdruck der Harnröhre vermindert ist, sodass die Patienten insbesondere bei körperlicher Anstrengung den Urin nicht mehr halten können. Körperliche Anstrengung heißt, was zu heben? Was zu heben, zu pressen, sportliche Aktivitäten, springen, husten, niesen. Lachen vielleicht auch? Auch lachen, ja. Letztlich ist ja auch die Inkontinenz oder auch die Beckenbodenswäche der evolutionäre Preis für unseren aufrechten Gang. Der Beckenboden ist ein sehr vulnerables System. Es besteht ja aus keinerlei knöchernden Strukturen, sondern allein aus Bändern und Muskeln. Und bei entsprechenden Risikokonstellationen, beispielsweise nach Geburten schwerer Kinder, Übergewicht, wird der Beckenboden natürlich extrem belastet. Und dann geben diese Haltestrukturen nach. Die Stabilität geht verloren und damit droht der Funktionsverlust oder eine Funktionseinschränkung, die sich dann beispielsweise in Form einer Stressharn-Inkontinenz äußern kann. Als Ursachen haben Sie jetzt genannt Geburten, Übergewicht. Was noch? Was führt noch dazu, zu dieser Stress-Inkontinenz? Das sind an sich die Wesentlichen und das Alter natürlich. Die Wechseljahre? Die Wechseljahre, das hängt mit dem hormonellen Status zusammen, mit dem Wegfall der Östrogene. Die Östrogene entfalten ja einen sehr positiven Effekt, also auch auf die Harninkontinenz. Und deswegen ist auch ein Therapiebestandteil die Östrogenisierung, das heißt die Behandlung mit diesen Hormonen, allerdings in einer ganz geringen Dosis. Die Hormone waren ja in den letzten Jahren so etwas in Verruf geraten, begünstigen die Entstehung von Krebs, Thrombosen. Aber man muss wissen, zur Behandlung der Inkontinenz nimmt man derartig geringe Hormondosierungen, dass diese Nebenwirkungen gar nicht zu befürchten sind. Das heißt also Östrogengaben, das ist so eine Form der Therapie? Ja, genau. Lokale Östrogengaben, etwa 0,5 Milligramm, zweimal in der Woche, reichen völlig aus. Und auch dieses Östrogenisieren hilft eben nicht nur bei der Stressinkontinenz, sondern hilft auch bei der Dranginkontinenz. Ja, bleiben wir nochmal bei der Stressinkontinenz, was mir jetzt die ganze Zeit schon durch den Kopf geht. Stress heißt ja hier nicht Stress. Also man bekommt ja nicht die Inkontinenz, weil es gerade so anstrengend ist, sondern Stress heißt Stress des Organs. Habe ich Sie da richtig verstanden? Stress, genau. Stress, Stress des Organs. Ja. Ja, dass einfach die nervale Steuerung oder die muskuläre Stabilität nicht mehr ausreicht im Bereich der Harnröhre, um den Urin zurückzuhalten. Und dann kommt es unwillkürlich zur Entleerung. Ja, und diese Östrogen-Therapie, ist das die einzige Möglichkeit, wie man vorgehen kann? Nein, also bei der Stressharninkontinenz ist der erste Therapieansatz an sich die Beckenbodengymnastik. Durch Stärkung der Beckenbodenmuskulatur kann man die Stressharninkontinenz in bis zu 80 Prozent gut behandeln und positiv beeinflussen. Natürlich auch die Gewichtsabnahme. Gewichtsabnahme ab einem Body Mass Index von 25 um 5 bis 10 Prozent hilft, die Symptomatik in bis zu 50 Prozent auch zu reduzieren. 25 ist ja schon eine obere Grenze Normalgewicht eigentlich. Ja, ja. Und dann nochmal 5 bis 10 Prozent weniger. Ja, hat sich bewährt. In Studien bewiesen, dass das sehr viel ausmacht. Ja. Aber das ist einfach ein Problem unserer Zeit, dass sich viele schwer tun mit Gewichtsreduktionen. Und so ist es dann doch relativ häufig, dass wir in der Klinik eher mit dem Wunsch einer Operation konfrontiert werden, die natürlich auch sehr wirksam sind, aber an sich in der Kaskade der Behandlung erst ganz hinten anstehen. Na gut, dann reden wir noch über das, was davor ist in dieser Kaskade. Das ist die Beckenbodengymnastik. Wo lerne ich sowas? Beim Gynäkologen. Beckenbodengymnastik fängt man ja auch schon relativ zeitig an, insbesondere nach den Geburten empfehlen wir ja auch, die Beckenbodengymnastik fortzuführen, auch lebenslang fortzuführen, weil der Beckenboden ist Muskulatur und der Muskel muss trainiert werden, damit er seiner Funktion auch nachkommt. Sobald ich den nicht mehr trainiere, wird die Funktion weniger. Und es ist auch in der Tat so, die Beckenbodengymnastik, in bis zu 50 Prozent der Fälle ist diese Beckenbodengymnastik auch gar nicht wirksam, weil einfach die nervalen Strukturen nicht mehr vorhanden sind. Entweder durch eine mechanische Schädigung, beispielsweise im Rahmen einer Geburt oder eben aufgrund des Alters durch die Atrophie, also durch das Austrocknen der Gewebe. Und dann? Dann sollte man zum Physiotherapeuten gehen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder versuchen durch Elektrostimulation den Beckenboden gezielt anzusprechen oder wenn das einfach nicht zum Erfolg führt, dann bleibt am Ende noch die Operation. Genau. Und diese Operation, wie funktioniert die? Bei dieser Operation haben sich Schlingbänder am ehesten bewährt. Das heißt also, es wird ein kleiner Schnitt unter der Handröhre gelegt und dort ein Band mit biologisch gut vorträglichem Material platziert. Und dieses Band muss dort locker zum Liegen kommen, quasi wie eine Hängematte. Und durch diesen permanenten Reiz dieses Bandes und durch diese leicht stützende Funktion wird dann der Verschlussmechanismus der Blase gestärkt. Und wie erfolgversprechend ist die OP? Wie lange hält das? Wann muss es erneuert werden? Im Allgemeinen kann man sagen, sind die Erfolgsraten bei 80, 90 Prozent. Aber da die Inkontinenz natürlich ein multifaktorielles Geschehen ist und auch durch Bindegewebsschwäche auch begünstigt wird, ist es natürlich bei Patienten mit Übergewicht beispielsweise problematisch, weil die natürlich irgendwo auch aufgrund allein der statischen Belastung schon zum Rezidiv neigen. Ja. Abschließend wüsste ich gern noch, ob man als Frau den Zeitpunkt verpassen kann, zum Arzt zu gehen. Also kann man zu lange warten mit einer Inkontinenz, dass Sie sagen, mit einer Stressinkontinenz, jetzt kann ich nicht mehr operieren, jetzt kann ich dir nicht mehr helfen? Nein, man sollte sich an sich frühzeitig an den Arzt wenden, um einfach der Operation zuvor zu kommen und versuchen, durch konservative Maßnahmen die Inkontinenz zu behandeln. Die Gefahr ist, wenn man sich zu spät an den Arzt wendet, kommt es ja zum Fortschreiten der anatomischen Veränderungen. Das heißt, oftmals kommt dann eine Senkung dazu und ab bestimmten anatomischen Stadien hilft an sich auch die Physiotherapie und die Beckenbodengymnastik gar nicht mehr. Und dann bleibt am Ende nur die Operation. Insofern also sollte man sich schon beim Auftreten der ersten Symptome an den Arzt wenden. Ja, wie versuchen Sie, Frauen zu erreichen, denen ja dieses Thema durchaus unangenehm sein kann? Ja, die stellen sich primär halt in der Sprechstunde vor. Dann muss man entsprechend beratend tätig werden. Natürlich machen wir auch eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit über Foren, dass wir einfach versuchen, dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen und die Patientin zu sensibilisieren. Doch rechtzeitig den Arzt aufzusuchen, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Ja, haben Sie Rückmeldungen von Ihren Patienten, die Sie behandelt haben? Gelegentlich schon. Aber aufgrund unseres Gesundheitssystems ist es ja doch eher so, dass die Nachbetreuung bei den entsprechenden Gynäkologen erfolgt. Und wir die Patienten relativ selten nach der Operation sehen. Das heißt, wir sehen lediglich die Fälle, die dann erneut wieder zu uns kommen, weil die Behandlung nicht funktioniert hat. Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Herr Dr. Heide. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und klicken wieder rein auf www.asklepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.asklepios.com